willkommen mein name ist an die wb und ich bin noch mehr zum mario mario macht mein bericht soll zuletzt bei mario party 8 ich bin am zug er wollte echt auf das glücksfeld kommt falls du versuchten sind die stadt der module überhaupt irgendwann schon lange sagt mir überhaupt schon jemand lang ja ich gerade aber aber ich bin da ich habe das letzte stelle ich bin aber ruhig normaler treffen können zu letzten part ja ich möchte ein bisschen investieren ich finde ich nutze dann mein bonbon um zweimal zu würfeln ich kann sich das nicht leisten der vorte nicht nur auf die 52 münzen da ist doch nicht mehr aussagen nicht alle in ein ding investierte gut macht die anderen damit sie bei voller weise stehen nach mir kann nichts passieren ich bin schon tot und dieser job wird niemals für mich langweilig und ich bin unsterblich warum bist du unsterblich weil ich bin immer von der abspringt da immer im nächsten block oder auf also bin ich unsterblich da gehen die computer starten gehirn gestalten da habe ich den da und 20 grün der schmeckt viel leckerer ich habe ja voll schillig gerade ja okay wir haben beide gewonnen und wie es gar nicht auf mich zu gegangen warum ich irgendwie auch nicht kann ich kann man nicht mal gefährlich nahe ich mich am besten geil kann sie direkt investieren ja auch ja auch ja schon sehen ich komme allein bei einer umgefahren gefahren wir sind drin ich muss ja auch ich habe da bitte alles drei sterne noch größer von meinem bergen mehr reinpacken starte die strategie straf gehen straf gehen vor dem win Ich bin echt gemütlich auf dem zweiten Platz bisher. Hier, hier, ich setze meinen Bonbon ein, um zweimal zu würfeln. Und deine Lebenspunkte direkt anzureifen. Genau. Und jetzt werde ich würfeln. Eine vier und eine acht. Und damit werde ich deine Lebenspunkte direkt angreifen. Nein. Wie mein Hotel. Dann werde ich dein Hotel direkt angreifen. Wie fünf Minzen. Ja, 25. Ich meine, ich darf vorbei kommen. Dann wird das noch mehr sein. Ah ja, übrigens, zwei Sterne. Ich bin eigentlich so groß wie meine Burg. Okay. Ich habe auch eine Burg. Nicht mehr lange. Die ganze nur erreichen, wenn du auf dem Glücksleitland bist. Ja, matt. Uhu. Oh, okay, Bombo. No. Willkommen. Okay. Das gehört. Das gehört King Yoshi. Verpfeifen sie sich. Ich werde nicht investieren. Ich werde nicht in so eine Bruchbude. wenn er jetzt auch 50 münchen anballern dann ist direkt ein drei sternen er machte da auch noch er wird da sein geld rein okay macht sich daraus sein imperium dieses hotel gehört jetzt king mario hotel mario hotel mario master der typ dieser typ hat sich jetzt gar nicht einmal sollte er verliert einstieg dann könnte man da könnte ich mit geld umgehen da jetzt waren auch 100 münzen erreicht wieder null hatte im leben in gewandt wird wir kann denn der mit geld umgehen alle auf die klempfer bereit dafür schreibt euch einen schraubschlüssel ich schnapp euch seine mütze schrecken der lüfter schrecken schrecken die lüfter schrecken 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 so hoffentlich gar nicht tot er kann es niemals alle auf einmal kriegen ich glaube den ihr da will ich wieder ja auch was ein ballon hier kannst du fliehen das unmöglich ich kann sauber wie können wir mit einem ballon aufnehmen genau bei dir ist der ballon auf der rechten sind auf linken seite und bei blub auf der richtung wie ist das möglich und ich habe gar keine wir hatten uns beide so gegenseitig fest in die andere richtung wird so schöner links gehen die fänger von meinem hotel hat gehört mir ich weiß nicht auch ich muss sagen soll ich benutzen dafür brauchte 30 menge alt danke sehr du machst du ich glaube du machst mir ausgarten drei sternen hotel ja alles zu unserem masterplan der masterplan ist es dass es hier umsonst sterne gibt der masterplan ist natürlich alle übertrumpfen werden als ob ihr mein mächtigst imperium platten können auch stellen sie sind ah nein, nicht der geh auf den buch los geh auf den joshi los oh er geht auf mario los warum ich klau mal, ihr watt 30 menge die investition ist auf 39 und die sterne auch was doch auch du weißt du wer will man mit blau ein bekannter busfahrer hat den kläppler fahren aber die dramatische wendung irgendwie ja es ist eine wendung so schön mario partner mit mario irgendwie vom verdammten bus angefangen ja euch sich die kniescheiben oh ja wir mal das cool das mag ich bin ich ja 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 genau beinahe ich glaube da bin ich wäre stolz auf mich ich meine ich den törl ich war vernünftiger sind ich will aber zum hotel ich habe so viel geld nein nicht zu einem hotel damit tue es nicht damit tue es nicht und der garten ding ist mein geld schnell loswerden ich habe hier mehrere hotel stehen die auch schon in drei stellen bereich sind du hast eine eigentliche stellen also sei mal ruhig war kommen jetzt schon ein mini spiel war voll schneller und das heißt das spiel mini spiel hat das nicht immer wieder auf seinen schädel einen prügel so dann ich weiß du tritt natürlich wieder alle Ruh! Husser! 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 Klöten! Huh! Eiscreme! Bananen! Äpfel! Gutball! Gutball! Verdammt! 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 Daneben! Yoshi! Mario! Drei! Zwei! Eins! Halt! Da kam nur einer! Alter! Warte! Das war ne fiese Strategie, ey! Ich hab nur nur ein paar random Wörter gemacht! Du hast mich so zum Lachen gebracht und mich abgelenkt! Ein wahrer Baseballspieler kann sich auch so konzentrieren! Du spielst doch nicht mal Baseball! Ja und? Ich hab früher Baseball gespielt! So! Ach, warum konntest du nicht vor mir kommen? So! Oh! Bleib weg! Das ist aber ein schönes Hotel! 19 Münzen, euer er willig! Oh nein! Damit! Oh nein! Kann ich bald auch ein Münster? Nein! Nein! replaces Ei! moment mal das bedeutet die sterne ja ich weil ihr zwei sterne das jetzt acht glaube ich ja doch mal letzten einpacken müssen ich habe einfach loren das ist ja weg wir wollen ein geld nicht mann also wie viel sind jetzt darin der kinder 43 70 das sind beinahe 100 damit das hotel hier musst du da selbst mit investieren also wir kaufen wir können denken dass wir nicht mehr weglaufen dieser elender tippen fisch dieser elender oder hat sich noch zwei plätze geschmuggelt das ist dann mit den 52 23 das ist extrem günstig gesundheit platziert den mund da ist doch viel besser als grün punkte der mund ist besser der ist blau erzählt und es weiß das ist drei sterne war elf sterne hatte ich glaube ich habe ich jetzt gerade den letzten stern abgenommen ja habe ich da gibt so die rache die will er noch nicht nur sechs münzen ich habe mit zehn münzen so 20 das stimmt wir wollen wir von mir dann kommt daher komm raus du blauer bastard wir sind die terroristen noch mal wir dürfen noch nie im leben ich schluck die bombe einfach unter und ist sie alle auf den grün vorsicht ist auch gefährlich wir sind halt die terroristen und du bist das opfer wir sind doch nicht irre mit meinem münzen oh du hast ja gar keine warte mal oh blufe ist 1,2,3,4 guck mal hier drei hotels zielen mein gesicht auf ein paar münzen hast du auf ein paar münzen also ich habe schon gerne zum frechsten gerne und wie viele minuten haben wir eigentlich bereits 25 geht damit mario boink das steht doch ganz so anders da steht ein bisschen vor mir noch das tut er hier ist noch nicht so was ein bisschen die straße gelaufen ist da da steht naja da muss er mal geklappt so viel geld ich glaube auf bauserfeld der plan ist jetzt auf der baustelle ich habe genau nachgezählt hallo geh weg da gibt mir geld weil sie beste wirklich hat freundschaft zu zeigen hat drei münzen also dieser helena ja ich glaube er hat die gerade echtes hotel abzumachen wird sein würde ich vielleicht zurück aber schnappt euch diesen sterne dann war ich jetzt nur sterne ja das durch der aber keine minuten genau keine sorgen machen muss mir keine sorgen machen überleger steig ein ich habe bonbons monstern frage komplexen fahrer platz wlan ich habe mich alle auf den klemmler ich wäre ich finde es gut wenn alle auf den klemmler gegen mein dessen meine reiche eingedrohen ja jetzt seit den boden mit euch zu wischen mit zwei ich bin auf dem kopf das ist ja also das geht so war nein was den letzten ist das möglich und dann hier ist erst noch das kann ich nicht effizieren was geht das schon wieder nicht jetzt ist so ich mach doch mehr vielleicht eigentlich stark neigen der folge in die captain ja genau alles schuld auf die kontrolle schieren genau so richtig ekliger what the fuck ja hier leck mich mal leck mich mal leute nein der geist hat nicht gewonnen ich bin die falsche richtung gefahren ja ich wollte euch manipulieren mit euch manche dich warum ist der erste platz nur weil ich ein großes imperium habe dein seien ist das doch viel zu teuer für dich das kann sich auch gar nicht leisten weil du musst doch auf die stadt einnehmen das ist ein kleiner schritt der mich dahin bringen willkommen ich kriege gleich mit zurück ich wäre mit sovoraus gedacht ja auch neun war der wohl zweier dinge weg ich habe keine münzen doch du hast drei münzen wird jetzt nicht eine münze erst mal eine münze das mit münzen bieten sie okay drei koffer stücke auch neun neun will ich verarschen wenn es mario gleich auch neun kriegt dann haben wir eine verschwörung über eine verschwörung hallo herr besitzer ich glaube das hat willkommen im geheimen reich okay aber 28 münzen hat er nicht wer arbeitet auf dieses hotel gehört nach wie vor jetzt verpisten sie sich sie haben kein geld bitte verpisten sie sich jetzt tun sie mir eingefallen und verpfeifen das wird eigentlich müsste mir gehören ja für mir können wir aufhören da rein zu investieren ich habe eine münze eine münze sie alle zu beherrschen genau eine münze um sie alle zu beherrschen wir haben alle drei münzen weg gerade ja und ist ja eigentlich los und jetzt alle wissen es hat einmal drei die kompfernte weiter wir kämpfen jetzt noch mal zwölf menschen 333 wir sind alle pleite verblüht wird damit was ich liebe dieses spiel und falls doch ein glück was sie ja so war von ich bin ich der erste anfangen muss ich habe der erste bis dich sein müssen wir anfängt ich bin als zweites dran und tschüss bei war wenn ich mir konzentrationen von mod und sonne ansehen würde ich sagen ja die konstellation von mond und sonne dieses spiel würde ich ja berechnen könnte ich hätte es noch schon längst gewonnen und dann kommt kommt das ist sicher hast du den nehmen willst oder den wirklich den da boah das war schon blubber komm blubber zieh einen falschen ja der da ist genau richtig der ist genau falsch nein ja welcher wohnen das ist mir zu denen nein ja 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 ich kann ich meine zurück wie viele minuten haben wir naja ja bis zum nächsten mal tschüss